Ich nehme was Kleines. Ich habe Lust auf ein Farmhaus. Craften? Please stay. Craften. Ich nehme Craften. Und alle, 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 eins, alle, keins. Tschüss! Habe ich mein Stativ mit? Sehr schön. David Williams. Das da und das da und das da und... Oh, we have reports of violence, hä? So. So, David Williams. David Williams. Okay. Warte, wo ist denn die Sicherung? Oben hinten in der Ecke. Habe keine Pillen dabei, also... Passe ich ein bisschen auf. So. David Williams. Gib mir ein Zeichen. David Williams. Zeige dich. Wie hängt sich denn der Axt über den Schreibtisch? Ich komme auf die komischsten Ideen. Kein Knochen, kein Knochen. David Williams. Repariere das Fenster. Auch nichts. Nicht an der Tür hängen bleiben. Okay. David Williams. Zeige dich. Ups. David Williams. David Williams. Nö. David Williams, gib mir ein Zeichen. Nö. Herrschaftszeiten, Sabalot, verdamm ich nochmal. Auch nicht. Tja, habe ich einmal das Haus durch und noch kein Unlebenszeichen. Hier vielleicht. David Williams. Hier vielleicht. David Williams, bist du hier? Lass mich einmal durchs Haus durch. Haus durch. Dann gibt es ab jetzt die Kamera. David Williams, bist du hier? Wo hat denn da ein Handy geklingelt? Schritte. Gib mir ein Zeichen. Das gefriert haben wir. Das ist immer ganz, ganz furchtbar. Den Geist ist sinnvoll zu finden. David Williams. David Williams, gib mir ein Zeichen. David Williams, gib mir ein Zeichen. Das gefriert haben wir tun. Ne. Doch. Uh, ja. Okay. Alles. Komplett. Ich habe keine Pillen dabei. Was denkst du dir da eigentlich? Na gut. Weiß ich zumindest, bevor er sich rumtreibt. Das Anhauchen. Und ein bisschen unnötig in der Dunkelheit rumlaufen. Macht mir ein bisschen Sorgen. Nö, ja. Okay. Dann nicht so lange aufhalten hier. Das ist ja nur Gefriertemperaturen. Ähm. Oben, hinten in die Ecke. Also da oben. Und dann so hier runter. Oder vielleicht sogar ein bisschen näher hier so an die Ecke. Nein, warte. Ich entscheide nicht oben. Ich stelle es da an die Ecke. Das ist gut. Okay. Direkt nochmal verschwinden. Geisterbox. Oh, lass es bitte kein Dämon sein, weil der ist jetzt schon reif. Gut. Geister-Event. Ne, EMF. Salz und Räucherstäbchen. Da ist der Orb. Sehr gut. Das ist da hinten irgendwo im Geländer. Ui. Das ist ein cooler Orb. Die Orbs sind viel cooler als früher. Okay. Dann habe ich jetzt Orb und Gefrier. Phantom-Meer-Jurai. Meer. Uh, Meer wäre auch nicht so toll. Box. Phantom ist EMF. Okay. Salz. Box. EMF-Buch. Und Geisterbox. Geisterbox mache ich jetzt als erstes, dass ich nicht mehr so lange im Dunkeln sein muss. Das war so das Anhauchen und Lichter aus früh. Das ist durchaus so. Wie alt bist du? Jawohl. Dann bist du ein Meer. Und ich passe ganz doll auf. Hier warst du. Hier warst du. Und hier wirst du bestimmt irgendwann mal gewesen sein. Dann. Einmal Räucherstäbchen. Ich habe zwar noch kein Bild. So. Salz haben wir schon. Ja. Wenn es hell ist, ist das alles kein Thema. Oh Gott. Geisterbuch. Jurai. Äh. Warte. Geisterorb. Geisterbox. Ich dachte doch schon. So. So. Okay. Okay. Oh. Zweimal. Okay. Dann würde ich jetzt gerne den Knochen finden. Hörten schon wieder die freundlichen Typen in der Luftkommode. Oh. Mach schon Licht aus. So. 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 Ich hatte den noch nicht gesehen, oder? Ein bisschen aufpassen muss ich. Ich bin jetzt auch auf Profi, da ist die Jagd wieder super lang. Den Unterschied habe ich jetzt echt wieder mal krass festgestellt. Solange ich auf Anfänger unterwegs war und die Jagd in 25 Sekunden gedauert hat, das sind Peanuts und die 50 Sekunden sind... Ach, da war ich schon. ...sind ein Riesenunterschied. Huch. Wir machen schön die Lichter an. Na komm, an dem rum ist es sehr häufig. Auch nicht. Da habe ich den Knochen jetzt komplett übersehen. Wo habe ich denn jetzt nicht genau geguckt? Ich war jetzt hinten in dem einen Anbauraum, in dem einen Schlafzimmer nicht. Ach nein, warte. Nö. Schritt habe ich fotografiert. Irgendwas mit Williams. Zeige dich. Geht das? Zeige dich. Zeige dich. Ich versuche das jedes Mal. Ah ja, Kappa. Erscheine. Williams. Ich sage Williams, weil ich den Vornamen vergessen habe. Geist mit dem Namen. Zeige dich. Ich stehe auch extra an der Treppe. Falls er spawnt. Also, falls er jagt. Äh, zeige dich. Geist. Geist, zeige dich. Erscheine. Irgendwas mit Williams. Macht mich wahnsinnig, dass ich den Namen nicht weiß. So. Da ich das Geisterfoto gerne noch hätte. Ich hoffe, dass du das Licht anlässt. Alle Nebenaufgaben habe ich. Was denn damit? Ah. David. David. David Williams. Zeige dich. Und das waren meine Sanity-Punkte. David Williams. Erscheine. David Williams. Erscheine. David Williams. Zeige dich. David Williams. David Williams. David Williams. David Williams. Kenne ich nix. David Williams. David Williams. David Williams. David Williams. Tu etwas. David Williams. David Williams. Ah, ich dachte schon, das ist kurz wieder weg. David Williams. Ich meine, das kann gut sein. Ich habe nicht mehr so viel Sanity. David Williams. Zeige dich. David Williams. David Williams. Erscheine. Da unten? David Williams. David Williams. David Williams. Gib mir ein Zeichen. David Williams. Ich bin schon eine Viertelstunde zu spät zu meinem Termin. David Williams. Erscheine. David Williams. Erscheine. Mann. Das ist eine Träne. Ich bin voll nervös, weil ich genau weiß, der kann jederzeit angreifen. Ich bin in einem kleinen Haus. Da kann ich nicht gut wegrennen. David Williams. Zeige dich. David Williams. Langsam werde ich sauer. David Williams. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Eben hat es funktioniert. Deswegen wirst du jetzt auch erscheinen und dich austreiben lassen. Ich spucke mit Geweihter Spucke auf dich. Oh, Mann. Das Guzifix ist immer noch da. Ich finde es erstaunlich. David Williams. Ich glaube, ich gehe. David Williams. Zeige dich. Jetzt habe ich ihn vertrieben. Ich glaube, ich gehe. David Williams. Tschüss. Schade. Der war recht aktiv. Hat angehaucht. Hat Geister-Events ausgelöst. Aber ansonsten, jetzt ist er ganz weg. Meine Sanity ist im Arsch. Ja, blinken kannst du immer noch. Das ist ganz toll. Da ist der Orb. Den sieht man sogar im Hellen. Das ist... Hat man nicht häufig, dass man die sieht. Tja, dann gehe ich halt. Ich habe den Meer eingeloggt. Das ist ein bisschen schade. Ich habe aber immerhin einen Schritt. Und dann... ...soll es für heute reichen. Ich will ja meinen Stream nicht haben. So, ein Meer. Sonst habe ich alles... Äh... Ja, ja, ja. Cool. Ähm... Das habe ich auf jeden Fall auch. Ich habe auch mittlerweile ganz gut Geld. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. So wie es ist gehört. Ciao.